ja guckt euch das mal an guck mal seien gebüß an keine ahnung sieht voll creepy aus sieht richtig creepy aus sag du mal was ja du du musst nur ein direct chat irgendwas sagen Flo nur direct chat anmachen ja ich weiß ja ich weiß dann labert er schon so ein frame perfekten animatoren ja wir wurden angegriffen wir wollten gerade mit dem squarepunk zur extra farm gehen und jetzt sind da hier vier leute die haben uns halt gekillt so mit dmr oder m24 weiß ich jetzt nicht und noch ne mkmod und ne saw scheiße du siehst mich wo bin ich genau gespawnt das ist fabrik ich bin hinten im wald ich auch einer ist direkt an mir vorbeigelaufen alter du siehst mich nicht ne ok die fahren wie die alter direkt 10 Meter oder so haben die Reifen dabei gab vielleicht keine ahnung ja weil du gesagt hast die fahren sind die schon weg? nein aber da fährt vielleicht einer ich hoffe vielleicht kriege ich den ja soll ich angreifen oder nicht? ja klar ah da hinten sitzt einer am baum ich hab dieses Presse ja dann bist du das gewesen ich lauf hinter dir da sind vier leute man komm 8 schuss 8 sichere kids nein ich mach mir an mir hin kannst ja probieren mal ach da hinten sitzt einer ich hab einen angehittet ohnmächtig geschossen ohnmächtig geschossen ich hab einen ohnmächtig geschossen ich seh einen ich seh da drüben auf der straße ist einer ich seh da drüben auf der straße ist einer leider nur ohnmächtig geschossen warum ist der nicht gestorben einer läuft jetzt rechts fast direkt neben mir der sieht mich der hat mich gesehen lol ja sag ich doch die haben mich gesehen ok lame so ich hab äh einen mit dem rovalver gekillt hab jetzt eine pkm äh jetzt vergesse ich nicht mehr hier auf Aufnahme zu drücken ich nehm jetzt einfach auf so egal ich mach jetzt äh Risiko ich lauf erstmal los warte mal hab ich überhaupt nen Rucksack ne ne hätte ich ja den Rucksack nehmen können man ey Zombie das stört doch nicht hier rum warte mal dann kann ich ja ich hab's gehört ich hab's gehört alter jetzt hat der Pickel äh getroppt sie sind im hast du mit der Makro aufgeschossen? ja ok wo sind die? wo sind die? bei meiner? oder? bei deren Leiche von dem einen Typen da den ich gekillt hab von dem Typen den du gekillt hast da ist keiner da bist du grad oder wie? ja nimm mal den Rucksack wenns geht ja ich muss grad was hat denn der noch? das weiß ich nicht ich lauf nur an der Leiche rum ok ich lauf an der Mauer entlang Richtung der Leiche ja ja hallo 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 und nochmal hallo 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 ich hab noch ein PKI Magazin für dich sehr gut bist du da jetzt ja? ja ich bin grad an der Leiche aber was hast du denn du für ein Mega hast du ein Mega? das ist doch ein Mega? das ist doch ein Mega nein was hast du denn da für ein Backpack? ein Tschech achso ok was soll ich ein Mega erzähl haben der hat doch schon kein Mega keine Ahnung ist der von beiden so aus ähm ja wir haben hier grad übrigens einen kleinen Kampf wo? also im Beddorf das sind wir doch auch oder? ja echt? ok ähm am Fabrikgebäude sind äh es steht ein APC der gehört uns ok ähm wo? direkt neben mir irgendwo wo? also wir sind oben auf der Burg beide ok bist bist da? da kommt einer wo bist du denn? ich kann mich direkt neben mir steht einer ich kann mich nicht bewegen komm zu dir mal lol äh snackt er sich den Kill mit dem Marco rauf aus 666 ja aber ich kann mich nicht bewegen ich back hier irgendwie fest du bist tot äh ne du hast einen gekillt lol und rein nehmen D7 D7 9 auf dem Server weiß ich was machst du? komm mal äh komm mal neben ich hab dich schon ich hab dich mehrere Male gehört du hast auch geschossen ne? ja ne das war der andere Typ hier ja ja Kill du da läuft noch ein Typ rum ne? oder ich weiß noch was nicht der geschossen hat hier ja ja da also ich hab irgendwie volles Blut hab aber das Bein gebrochen steh hier rum und kann nichts machen ach da bist du guck mal den da drüben ja ok jetzt warte fuck was war'n das für'n ok irgendwie ist das grad bei mir ein bisschen verbuggt hier jetzt kann ich im Vulkan rumlaufen ok also wo sollen wir wo sollen wir jetzt hinkommen? äh kommt erstmal nach Freilow ok wir beide sind auch erst seit heute Mittag auf dem Server ja wir sind auch erst seit äh irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden hier ja fuck na gut eigentlich haben wir auf dem anderen Server gespielt aber da hatte ich ein paar Problem mit den Admins und ja ich bin tot oh scheiße doch kennen wir äh wer mit was für ner Waffe eigentlich? wir gerade nein ähm äh ich bin dieser extra Ashron mit was von ner Waffe wurde ich gekillt? äh das äh dem bist du bist du Hero? ja irgendwie schon ach das ist Presse ne? das wechselt sich immer ja ja stimmt mit den Kopfhörern ja soweit kann ich nicht gucken ok der eine hat eine einer ist am Supermarkt ja ich glaub das der mit der Piker irgendwo also der Typ oben läuft die ganze Zeit war einer hat ne DMR und ich glaub der eine hat ne Vintores äh warte mal guck mal guck ja nice warte mal guck mal ob er zu mir halt nach unten guckt ich wo bin zu welcher Seite wir können auch auf sie schießen sodass sie Aufmerksamkeit auf uns haben ja dann oder? ne ne warte noch warte mal kurz ja äh also ich kletter jetzt hier hoch beim Link von euch aus warte mal ihr guckt ihr seid von äh von der Burg aus ne gekommen ja wir sind im Wald im Wald ja im Wald von der Burg aus kommt ihr ne? ja ja ok dann das rechte Gebäude da komm ich hoch ja seh ich da ist grad auch einer mit ner DMR guckt er auf mich? also guckt hört er mich? ja ja ich weiß nicht wo du bist also ich kletter grad die Leiter hoch innen drin? oder wo ist die? ja ey der sitzt guckt auf jeden Fall nicht runter alle drei gucken nicht runter also jetzt ist deine Chance weil sie alle grad auf irgendjemand anderem scheiße ok warte kurz ja ja jetzt ist wirklich deine Chance grad ja er hockt mit dem Rücken zur Leiter alle drei und die Stühle ist aufgegangen und er ist tot nice ja ich bin tot ja die zwei Leute halt noch da ne? ja aber zumindest schon mal einer weniger da oben ja das könntest du dann auch machen ja ich muss gucken auf welchen häusern es war mir klar dass ich nur diesen einen bekomme aber naja ja aber egal zumindest wieder einer weniger da oben ja ich könnte ja gucken das ist schon mal gut scheiße ich glaube sie haben uns gesehen ich habe einen getroffen glaube ich ja das bringt über die Range der ist umgefallen auf jeden Fall echt? nice gg oder er legt sich einfach hin ne kam blut raus und? ja ne aber wenn man sich hinlegt sieht ja eh ganz anders aus also ich lauf hier die Straße jetzt entlang Richtung Rote Häuser da aber keine Killmeldung geh jetzt auf das äh ne ist bestimmt nur ohnmächtig weiter entfernt äh ne nicht weiter entfernt in Richtung äh Tankstelle ja kannst du mir Deckung geben? ja machen äh wer läuft da unten gerade lang? ich du bleib da mal am Haus stehen siehst du uns hier? ich hab keine Ahnung wo nein doch da gut hinter so ein Baum oder? ja ja seh ich so warte Fabi du gibst mir Deckung ok? jo jo auf welchem Haus warst du eben Julian? auf dem linken ich weiß auf welches wir hoch müssen da das was äh Richtung äh das zweite halt also Richtung Tankstelle das was näher an der Tankstelle äh ist da warst du drauf oder was? ne da musst du rauf da sind zwei Leute ne das sind Zombies Zombies gehen rauf ok wo bist du? er wird getötet also die werden getötet Leute da kommt grad einer runter ja die wollen halt nicht sterben kill den mal probieren den zu killen ja ging grad ein bisschen schlecht weil ich hab genau in dem Moment ausgewählt dass ich hochklettern will habt ihr noch ne Waffe für mich weil ich bin grad in der Nähe von euch warte ich guck mal in den Rucksack äh ich hab noch eine S wer läuft da? 58 aber ohne Muni ich kletter gerade schade ja also ich kletter gerade die Leiter hoch weil ich will mir die DMR von denen nehmen und dann kann ich sie beide snacken ist jetzt so mein Plan ist ein guter Plan oder? sagt ja 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 natürlich eigentlich schon ja da hinten läuft einer mit der DMR rum ja ok hab keine Muni mehr scheißegal ja schieß mich tot alles klar schabi bist du draufs? ich hab grad unten so im roten Haus drin gestanden ja das bin ich schieß mich auf dich ja egal ich bin tot ja was war? ja auf Haus des Winteres 29 Meter hat auf die Leiter gecampt da sind zwei Leute am roten Haus da wo ich grad hinterm weißen Haus da bin da rennt einer grad mit der PKM wer ist das da? mach mal QE QE ok den wer ist das? halt einfach drauf wenn keiner was sagt schießen also ich bin grad weggerannt du hast ihn du hast ihn du hast ihn du hast ihn einer liegt noch auf dem zweiten Haus da liegt jetzt noch einer mit einer VSS ja unten laufen auch noch laufen auch noch ein paar Leute rum also sowas nicht nein der hat eine DMR nimm die weg und komm hier in in im Wald und snipe auf das rote Gebäude Achtung Zombie also ich bin in einer Minute wieder da rennst du gerade? ich nicht da rennt einer zu dir glaub ich von hinten oh ja wo kommt er her in Deutschland? äh Berlin wenn er weh noch einer noch einer ich bin ausgenockt erst Hamburg ok ja mich stresst grad hier der Zombie ich blute ist immer dieser one hit one da erster hit von hinten ok ich bin tot von hinten ja ich auch gleich zwei Leute von hinten sorry Alter alle am DMRs nur wir nicht wie immer alter alter und einer camp noch oben auf dem Gebäude oder? war das schon noch? ja mit einer Faust erst ich lieg immer noch hier und bin ohnmächtig ich bin auch grad ohnmächtig und blute hab eigentlich keinen Tropfen mehr jetzt bin ich tot ja von Alfred mit der DMR ja ja no clan ok so heißt der achso ja sag wenn wir jetzt alle tot sind wollen wir uns wieder in Beilauf oder in Mitrovise einloggen was willst du in Mitrovise? naja neu anfangen ja ist doch scheiße die sind überall Mitrovise sind zwei Waffenspawnpunkte und Beilauf ist nur einer einer lol ich steh wieder auf alles klar mit dem Beilauf töten also Beilauf ok also ich leb noch obwohl mein Blutstrafen die ganze Zeit null zeigt ja ich leb auch noch ja ne du bist tot ne ich hab einen gekillt ne ich hab einen gekillt ok jetzt hab ich nicht aber tot